Hallo und herzlich willkommen zurück bei Breaking Mad. Das Mad Pack zusammen mit dem Daulogat. Hallo. Und der Chico. Hallo. Die hier Chico 2 heißt, weil Chico, äh, der Name wurde geklaut. Und der Nancy. Aber Chico, warte mal, ich habe hier ein lustiges Feature gefunden. Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-GeGe-Ge-Ge-Ge. Geht, geht noch nicht. Nein, geht noch nicht. Ich muss, brauche erst noch was anderes. Was meinst du? Nichts. Was hat der schon wieder... Ich muss das später googeln, wo ich den herbekomme. Was denn? Nein, darf ich nicht verraten. Hey, das ist der Witz weg. Mich nur wieder ergen. Nein, ist nichts ergen. Immer will er mich ärgern. Das ist was total schönes. Die Zuschauer bei mir haben es ja gesehen, also da stand ja im Chat, was fehlte. Hä? Was fehlt? Ja, ich konnte das, was ich machen wollte, nicht machen, weil mir ein Gegenstand fehlt, sondern das reicht an Infos. Ach Mensch, da komme ich nicht mit. Ähm, ich gehe bei Ressourcen holen. Das ist ein Feature, was ich vorher noch nicht bei anderen Mod-Packs gesehen habe. Hm. Okay. Hm. Also ich habe einen Eisen-Pick-Ex, habe ich überhaupt was an? Was? Was wollte ich eigentlich jetzt machen? Ich weiß es gar nicht. Eine Hose nur. Ah. Nicht gut. Verdammt. Man möge vor der Aufnahme Steam ausmachen. Hm. Hm, hm, hm. Hui. Habe ich irgendwie keinen Ton? Warum habe ich keinen Ton? Oh nein, ich habe keinen Endgame-Sound. Warum nicht? Weil ich zwischendurch mein Headset ausgestürzt hatte und jedes Mal, wenn man das tut, kriegt Minecraft einen Anfall und macht keinen Ton mehr. Das heißt, erst nächste Folge gibt es erst wieder Ton bei mir. Wer braucht Ton Ton? Hast du mir jetzt ins Musik laufen? Nein, aber das wäre hier ein Achtung. Ja, dann meine ich jetzt nicht schlimm. Völlige Stahl, völlige Stille, um was geht's? Ja, Pytos. Ja, war voll so ein Minecraft-Sound. Ja? Ich bin jetzt gerade auf meinem Feld unten. Oh Gott. Du hast ein Abborn. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Seh ich dein Feld? Komm, was ist denn jetzt her? Das ist unten im Erdgeschoss. Ist das unter meiner Plattform verdeckt? Ach, wir haben hier unten noch nicht aufgeräumt. Das sollten wir vielleicht mal machen. Oder doch? Doch. Ah. Ah. Keine Spitzhacke. Warum habe ich keine Spitzhacke? Ah. Du heilige Scheiße. Irgendwas beschießt mich. Ah. Ah. Ich bin Hockey. Pickachsen. Komische Sache. Ich glaube, heilige Maria. Joseph, gib mir jetzt Seilchen. Wo seid ihr? Hier unten ist ein Zombie. Da ist es. Hilfe. Jetzt regnet es auch noch. Tolles Ding. Jetzt tu doch was dagegen. Uh. Oh shit, shit, shit. Mhm. Weil du mir nicht geholfen hast. Figo. Wo? Du hast mich umgebracht, weißt du das? Warum hast du rausgekramen? Jetzt war dieses Ding endlich fertig. Shit. Da, 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 da. Geh weg, geh weg. Was machst du da? Nicht sterben. Ich kämpfe gegen eine Wurzel. Auf der Treppe. Jetzt hilft mir doch mal jemand. Ich bin im Berg. Ich blue grad abbauen. Ich bin im Dungeon unten. Warum? Du hast doch grad noch oben gewesen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Oder laufen. 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 Ich bin tot. Nein. Ich hab's geschafft. Ganz alleine. Unten sind zu viele verzauberte Gegner. Hier sind Spawner. Oh. Unten ist noch ganz viel davon. Ich hab Sachen gefunden. Was ist Fire, äh, Fire Charge? Damit kannst du Leute anschießen. Mit dem Fire Charge. Was ist Roasted Wood, Wacky, Mätschle? Ich komm noch nicht mit. Ich nehm alles mit. Was zu essen. Okay. Figo, ich bin da. Du brauchst Hilfe, hab ich gehört. Wo ist das? Zu spät. Ich klaue nur ne Pferderüstung. Und was ist ne, äh, Cinnabar Ohr? Erstmal nicht so richtig. Wuhuuu. Was ist denn jetzt? Oh Gott. Ein Jumping Creeper. Den hab ich noch nie gesehen. Der sprang mich an. Mach bloß mein Feld nicht kaputt. Alles andere. Das war nur dein Zimmer. Ich such grad Eisen. Mhm. Wieso packst du Glowstonen auf dein Feld? Weil es kann. Oder es nur ein Achtel eines Glowstones ist. Das ist das vollkommen. Warum packst du ein Achtel Glowstonen auf dein Feld? Haha. Damit es beleuchtet ist, Mann. So. Ich hab jetzt erstmal so viel Eisen, dass ich jetzt erstmal zurückkomm, weil ich Angst hab, dass ich sterbe. Kann Eisen holen gehen. Ja, ja. Ich, ich bin gleich da. Eins, zwei, drei. Ich bau mich jetzt nach oben. Ja, ja. Ich bau mich jetzt nach oben. Oh, oh, oh. Oh, da geht's nicht weiter. Und jetzt geht's weiter. Ich hab Eisen. Komme! Chico, wie geht denn das mit dem Vermeeren vom Eisen? Du hast mir da irgendwas erzählt. Let's Dance. In den Cruncher packen. Äh. In das Ding hier? In den Grinder, genau. Und dann oben an dem Rack drehen. Muss ich das jetzt einfach da reinlegen? Dann steht, da liegt schon was drin. Ja, da liegt Kopper drin. Kann ich was rausnehmen? Jetzt hier oben? Äh, kannst du auch drin lassen. Warte, ich, ich punch mal eben ein bisschen das Ding hier. Sieht witzig aus. Ich hab jetzt, ich hab jetzt Eisen. Wo ist es da? 16 Eisen. Funchi, Funchi. Erze. Und nochmal extra Eisen. Äh, Dalu, du brauchst Eisen. Ah ne, das ist Zinn. Entschuldigung. Das war in der Kiste. Ich hab aus der Kiste noch Wartemelon-Jelly-Sandwiches. Und Curry-Reis. Da brauch ich jemanden. Lecker. Curry-Reis. Kann man das so essen? Schigo, arbeite doch mal schneller da. Ja, nenn die mal ganz schön langsam. Na. Kann ich dir helfen? Schneller geht's nicht, nö. Ich sag, du willst hauen. Bitteschön. Ja, genau. Der Mann muss arbeiten hier. Los. Tu was, Möcke. Die wieder aufs Feld, Frau. Oh, Gottes Willen. Werf dich mit dem Maiskolber. Gott für Klischees. Was? Unfassbar. Was? 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 Immer diese Ruhrgewalt. Was ist denn jetzt da ran? Moment. Ich baue sofort einen neuen. Unser Holzkopf baut das gerade. Du hast nen Holzheld. Die gleich Holzkopf. Man. No. Du bist ja nur neidisch. Deine komischen Locken auf den Kopf da. Stracken. Kettenhelm. 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 Und dann muss ich dagegen schlagen, oder was? Ja. Genau. Falsch. Nancy wird die Maschine kaputt machen, bevor sie leer ist. Was? Ey, hör auf mich zu dingsen. Zu dingsen? Ja, du dingst mich. Das ist nicht gut. Wie lange dauert das? Ähm. Ungefähr. Oh, jetzt hat's. 2 Minuten und 35 Sekunden und 7 Millisekunden. Was? Nix. Wieso willst du das, wie lange das dauert? Das ist nicht gut. Nancy. Was denn? Nancy. Lass mich. Ich bin vor uns gerade erst aufgestanden. Oh. Äh. 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 Was wollte ich denn jetzt tun? Ich bin verwirrt. Mann. Nennst du nicht mehr, Ärgern. Nein. Du? Ach. Fahr auf mit. Nancy. Lass, lass was gefälligst. Was denn? Leute, wir haben kein Essenproblem mehr. Achso. Wieso? Ich weiß. Ganz viel Essen in der Kiste gefunden. Super. Und noch mehr Essen. Mach mal Eisen. Warum geht das denn nicht automatisch? Das ist doch witzig. Jetzt hat sie nicht gebaut, das Automatische. Oh man, wir können ja nicht automatisch, weil ihr nicht Zeug heranschafft, womit ich automatisch machen kann. Schlimm seid ihr. Echt? Was könnt ihr eigentlich? Außer eine Eisenspitzhack, das haben wir ja nichts im Moment. Hm, was ist das denn für eine Drache? Wer nimmt denn eigentlich das ganze Eisen hier wieder raus? Ich. Mäh. Schigo braucht für ihre Feldarbeit eine Eisenrüstung. Nein. Wir brauchen... Eisen für Eis. Dalu, wir machen jetzt eine Eisenrüstung und Eisen gedöhnt und dann gehen wir los. Dann suchen wir die aus. Wenn genug Eisen auch noch für mich da ist, können wir das gerne machen. Na ja, ich hab 16 Eisenohr gefunden. Das müsste reichen. Da kommen wir nicht weit mit. Verdoppeln das doch. Ich bin ja am verdoppeln. Ich klicke mir ja mit meinen Fingern hier die... Mit meiner Maus vom Fingerbund und... Ach, dann ist das nicht mal genug. Ich raste aus. Was ist hier los? Ich will jetzt auf jeden Fall nicht sterben. Ich hab so viel Zeug mit. Ja, deswegen bin ich zurückgegangen und hab manchmal alles sicher gelegt. Ich hab so viel Essen... Ah! Okay, er stoppt. Ah! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Oh Mann! Oh, was? Nein! Oh! Oh, na was denn nun? Alter! Ich bin in so ne doofe Illusionsfalle getappt. Und dann landest du ja auf so Spikes. Oh, 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 oh. Erstmal muss ich mich jetzt zubauen. Erstmal jetzt einfach zubauen. So. Aber... Die töten einen nicht mit einem Schlag, sondern du stirbst langsam. Und dann hab ich's noch geschafft, mich da fast rauszubauen. In der Auge! In der Auge! In der Auge! Oh nein! Das kreift an! In der Auge! Das besiegt. Ach, ist das ja... In der Auge wurde getötet! Hahaha! Muss wieder nach oben kommen, irgendwie. Er hat denn hier nicht ausgeleuchtet? Das ist ja... Grenzt da an Fahrlässigkeit hier. So, ich mach jetzt uns ne Rüstung. Hast du schon Eisen rausgenommen, Chico, was fertig war? Ja. Wo hast du das hingedan? Ich hab... Ne, nur 4 Stück. Also ich hab nur ne Eisenspitze gemacht. Achso. Denn ich geh jetzt mal los. Ohne Rüstung? Ja. Seid ihr bekloppt? Es reicht nicht für Rüstung. Der Holzkopf hat eine Rüstung. Oh, Mann! Du hast dir das Holz aufgesetzt. So, ich hab Essen ran geschafft. 63 Brote, 20 Millionen, 20 Fische, 20 Fleisch. Okay. Alles da. Suppe für Nancy. Oh! Wieso krieg ich Suppe? Für die älteren Herrschaften. Ey! Kann man gleich sagen. Was ist da los? Ich hab gar nichts gesagt. Das ist unfair. Oh, ihr habt den guten Kuchen gar nicht gegessen? Ja, natürlich hat sie damit nichts zu tun. Was glaubt wird seelisch? Oh, wie fehlt dir Eisen im Saftladen? Hast du dir jetzt ne Rüstung gebaut und ich hab nix? Ich bin gleich fertig. Ne, dir mach ich Urähne. Vielleicht. Ich weiß nicht, wie der Chest gemacht wird. Äh, alles außer oben in der Mitte. Ah. Ich würde gern mit diesem Stick, den ich bekommen hab, zuschlagen, weil da steht einfach nur Waxing Stick und in grüner Schrift Really und er leuchtet rot. Aber was macht es? Ähm, was hast du? Du hast ne Hose, ne? Ich hab gar nix aus Eisen. Und ich hab gar keine Brustplatte. Ja, die Hose hast du auf jeden Fall. Ja, Helm auch und Schuhe auch. Ich hab gar keine Brustplatte. Na toll, jetzt hab ich nen Helm gemacht. Super. Dann gib mir doch den Helm. Da. Also ne Brustplatte, die kriegen wir noch hin. 7, da fehlt noch eins glaub ich. Einen Eisen fehlt noch. Und noch ne Brustplatte. Uh, ich finde so viel Zettusquartz, das ist prima. ME-System, ich komme. Hui. So, Dalu, deine Brustplatte, Knie nieder. Ich hab doch Wein meiner. Danke dich von Herzen. Brauchst du noch ne Eisenspitzhacks? Mh, wenn hätte ich gerne ne Spitzhacks, äh, Hacke. Wenn das möglich will. Ja, du weißt, was ich meine. Ich sag doch eh immer das Falsche. Mist, wir haben bloß noch zwei Eisen. Naja. Wie sieht's zeitlich aus? Einen geschehenenfalls. Noch fünf, also wir haben erst 15 Minuten. Mal ein Eisen. Oh, hier drüben noch Eisen drin. It's a trap. Nennst du wie flappierst du gerade? Äh, weiß ich nicht. Wo steht das? Geht in den Herzen unten. Toll, warum? Ich würde den Stick gern einmal testen. Nö. Nö, nö. Oh Mann. Was passiert? Gar nichts. Okay. Wie heißt der Stick? Waxing-Stick. Ja, aber der Waxing-Stick ist doch für meine Haare an meinen Beinen. Mensch, das musst du doch wissen. Nö, das ist nicht. Hahahaha. Deswegen will ich den an dir probieren. Nachher? Oh Mann. Ne, würdest du das ja da schieben, weil du sagst, ach dafür. Oh, guck mal, hier ist noch Eisen. Lol. Nein, mit dem Waxing-Stick meinte ich, ach dafür. Naja. Ähm, also was brauchst du jetzt denn? Was weiß ich. Und ein Schwert hast du noch, oder? Ein Eisenschwert. Oh nein. Ein Eisenschwert habe ich. Haben wir drei Goldbarren? Nein. Hier ist eine Spitzhacke, eine Eisenspitzhacke. Komm jetzt mal hier und hol dir den Mist. wir haben keine goldbarren ich brauche drei goldbarren ich brauche auch gold für unsere maschinen auch für was viel wichtiges goldbar was soll bei dir schon wichtig sein wo weißt du dann ach ja so gehen wir los ja lass uns mal los gehen nancy mein eisenschwert ist fast kaputt ich bin schon unten hier ist der endboss was ein endboss oh shit apropos endboss was ist das denn mein freund naja komm mit ich zeig dir jetzt wo es lang geht ich hab angst diego ist jetzt bei uns unten in der höhle ja ich hab wirklich den endboss wie bernshaft lol hier unten ist doch noch ein neuer dungeon deswegen giga night viel spaß damit ich geh mal wieso gehst du denn hier unten können wir nichts machen weil ich keine rüstung habe dann komm mal mit hier es gibt noch mehr kisten auf dieser ebene folgt der fackel oh das ist so episch laut macht mir angst gut dass ich keinen ton habe sondern jetzt ist ungewiss habe jetzt noch nicht erkundet ich brauche schnell eine treppe schnelle treppe irgendwas selbst einen block fuck you wie unbedacht warum hatten die einfach einen block gesetzt wir waren nicht so schnell lasst bitte einfach alles da liegen bitte wir müssen nicht auf die unsichtbaren blöcke aufpassen mensch oh shit oh 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 ninja 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 alles gut hab ihn hab ihn gelassen das ist aber nur ein temporäres herz also ein herz zum heilen eben äh shiga hast du viel mitgenommen geht es echt so gut wie alles jetzt kann ich auch mal alles mitnehmen aber nicht ganz das passt nicht jetzt sicher wenn dann alles da da liegt noch was holt erstmal da raus hat jemand fackeln mitgenommen ja ich hatte ja so was gehört dir das wie viel fackeln eisenschwert knockback schwert eisenhelm grüne schuhe kettenhelm mein toller stab ja jetzt im zombie den schaffst ja wohl noch was ist das was du erst mal gehabt ja sieben fleisch aber hast du mir schon gegeben was ist denn das was da hinten fliegt ein endeauge endeauge willst du es wirklich wissen nee ich will es nicht wissen hast du ein eisenschwert ich kann jetzt denken nimm das hier so lange hier und ich brauche fackeln noch ein moment da dankeschön ok leute ich hab angst so und jetzt immer auf unsichtbare blöcke aufpassen ach verdammt ja chiki ist da mal chiki chiki du bist jetzt bei mir chiki 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 du hast aber mit kosenamen hier sind wir kisten was war bei dir drin bei meiner war mist drin was zu essen torches wunderbar das ist miss ah ein blueberry jelly sandwich it's peanut butter jelly time ups wow ein skelett mit axt und kann schießen das war aber was anderes ah lol am arsch hör auf damit wer was beschießt mich purple wool purple wool ja ist aber nicht hey hör auf mit dem scheiß Leute Hilfe ich brenne was machst du da was machst du da was machst du da brennst du oh man feißding das kotzt mich an was soll das hast du nicht gesehen was geschossen hat ja irgendwas klitzernes ich will meine Sachen wieder ja wir warten oh was ist das denn was ist das hast du was gefunden ich habe Adobe Radio ich habe ein Radio gefunden ja Vintage Jazz Pfff Pfff ich tue mal hier den ganzen krams mal rein da ups das nicht das auch nicht ne ne hier macht Sachen wuuu das ist auch gut Leute ich habe mich vor oh god Treppe runter ja ich habe mich verlaufen ich bin natürlich da runter gelaufen wo der Endboss ist da muss ja eine Etage höher oh nein Shigo du nimmst alle du machst alle Sachen kaputt ja fuck you Nancy deine ganze Rüstung ist kaputt das ist nicht wahr ja Shigo hat was drauf explodieren lassen das ist nicht wahr ich habe es auf Band ich habe es auf Band nein hast du nicht warte mal du musst dich nicht mehr beeilen wieso es ist nicht viel übergeblieben ich weiß nicht mal wo ihr lang gelaufen seid das ist mein Problem den Gang ganz gerade durch und dann rechts da ist ein Zombie Hilfe ich weiß es nicht hier ist ein Zombie Hilfe nein ich werde sterben wir sind doch überall Fackeln auf dem Boden oh Leute wo bin ich jetzt gelandet wir suchen dich ja aber du bist nicht mal auf dem Weg ne jetzt bin ich oben ich weiß nicht mal wo ich lang muss geh einfach erstmal runter jetzt ganz normal ja ich bin jetzt geh jetzt runter und geh zu der Leiter ah was war das hier oben ist oh je jauh miss stirb 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 oh Gott das wird knapp uhhhh was war das ich krieg ne Handfeuer was ist denn hier los komm wenn ich die Treppe runter ich bin zu fett so jetzt geh ich runter ich seh deinen Name ich seh deinen Name oh Gott wo ist dein Name hin da unten der ist unter mir ja ich seh dich komm 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 okay ich bin da oh Gott ich hab Angst du hast äh einen Fall der unter deinen Füßen schwebt du bist irgendwie unheimlich folge mir Nancy I'm following you I'm following you das ist nichts von mir ich hab einen Orientierungssinn wie so ein Achtung Ender Auge Ender Auge das hat mich grad voll weggeslayt das Ender Auge wurde besiegt hier lagen deine Sachen äh lagen ja Shigo hat sie doch explodieren lassen hab ich doch gesagt da fliegen ist da meine Sachen okay hier ein Shigo hat die Sachen gesprengt leider Maus ähm alles ist aber nicht drin ne da fehlt nur noch Schwert und so das ist kaputt hast du denn die Sachen von Nancy irgendwo in die Kiste getan hier ist noch was drin ja 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 in den beiden Kissen die da liegen da müsste alles drin sein nur ein Steinschwert der Rest sollte bei mir wieder aufgeploppt sein hallo na ihr was geht hm meine Brustplatte hab ich nur und nen Helm wo ist mein Zeug wo ist mein Zeug also ich hab jetzt ne Schaufel und ein altes Steinschwert was ist das denn irgendwie fehlen ja noch Sachen mein ganzes Zeug quält wo ist es denn hin ich weiß es nicht von mir fehlen ja auch noch Sachen ich hab nix aufgehoben weil mein Inventar eh voll ist ist das vielleicht hier unten runter gefallen ich hab doch bloß das da und dann hier und dann oben und dann hier ich denke Shigo dass Nancy auch deine Sachen sozusagen genommen hat weil ihr tragt ja ungefähr dasselbe ich denke das ich hab ne Eisenhelm und ne Eisen chestplate ist die deine nein ich hatte ne grüne Hose und der Rest hat Holz und ich hab ne rote Hose die grüne Hose müsste Nancy aus der Kiste genommen haben ich hab ne rote Hose die grüne wäre meine gewesen guck mal ob du in deinem Inventar noch ne grüne hast Nancy weil die war in der einen Kiste drin ich hab gar nichts in meinem Inventar mehr ich hab nur ein Steinschwert und meine Schaufel äh Shigo guck mal auf der anderen Seite in den Kisten da war auf jeden Fall ne grüne Hose wir haben ja gerade in alle geguckt eigentlich ja von mir fehlen ja auch noch nen Haufen Sachen und Chico ist denn gar nicht da nö ist da alles gedroppt? klauen diese blöden Endaugen jetzt auch noch oder was? ich hab ja auch noch mein Steinschwert da fehlt ja nur noch was wollen wir uns hm wo ist Dalu hin? Sachen wegbringen hast du uns Eiskalt verlassen? lebt wohl ich hab gesagt mit so unfähigen Weibern wie uns will er nichts zu tun haben würde ich niemals sagen mhm Ico sagt er jetzt und ist ja noch irgendwo ein unsichtbarer Block ne ne? mhm ach verdammt so aber Nancy du musst jetzt noch was machen wo ist denn? jetzt ist der Part aber zu Ende ach so dann würde ich sagen ähm wir sehen uns beim nächsten Mal wieder gebt denen ein Like dort sind die Links in der Videobeschreibung von den anderen und äh bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss